Wenn du schon zu den Abonnenten meines Kanals gehörst, dann hast du sehr wahrscheinlich auch die Absicht, dich selbstständig zu machen oder vielleicht riskante Entscheidungen in deinem Leben dort durchzuführen. Und die Herausforderung ist dann, wenn du Verantwortung trägst, wenn du mehr Verantwortung trägst, dann wirst du auch mehr Sorgen haben und vielleicht auch in Krisen kommen, wo du Ängste hast. Unabhängig davon ist in unserer gegenwärtigen Zeit die Welt voll von Sorgen, von Ängsten, von angstmachenden Krisen. Entweder, weil sie tatsächlich mehr geworden sind oder weil die Massenmedien einfach dafür sorgen, dass du heute Bescheid weißt, was gestern Abend, heute Nacht oder vielleicht vor einer Stunde auf dem anderen Teil des Globus dort passiert ist. Also Ängste und Sorgen werden dich konfrontieren und ich werde dir in diesem Video zeigen, wie du damit umgehen kannst, wie du dich relativ schnell innerhalb fast schon von einem Fingerschnipp von diesen Sorgen und Ängsten mental befreien kannst. Also in einen anderen, besseren Zustand kommen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich lade dich ein, teilzuhaben an dem Wissen von über 30 Gründungen, die ich selbst durchgeführt habe. Über 300 Gründungen, die mein Team und ich pro Jahr immer wieder aus den über 1000 Bewerbern begleiten und aus über 3000 Gründungen, die ich in den letzten 20 Jahren selbst begleiten durfte als Coach oder Berater. Da lade ich dich ein, dich jetzt hier für ein Abo zu entscheiden, aber auch die Glocke zu betätigen. Und wenn du mehr wissen willst, erfährst du gerne zum Thema Förderprogramme, Banken oder Investoren oder allgemeine Geschäftsentwicklung im Rahmen eines kostenfreien Erstgesprächs. Wir arbeiten nämlich bundesweit entweder online über ein digitales, über ein Videokonferenzgespräch oder aber auch offline in unseren Büros. Du bist also eingeladen teilzuhaben an diesem Erfahrungsschatz und du kannst gerne auch für deine Beratung uns buchen. Das Gute ist, weil wir zertifiziert sind, bundesweit zertifiziert sind, kannst du unsere Beratung auch bis zu 100% fördern lassen. Und für den Fall, dass es nicht der Fall sein sollte, dass du förderfähig bist, gibt es immer noch die Möglichkeit, entweder Jahresrahmenprogramme abzuschließen oder eine Ratenzahlung zu vereinbaren oder dein Konzept ist so toll, dass wir sogar mit einer Beteiligung in deinem Projekt einsteigen als Berater. Ich wünsche dir nun viel Erfolg beim Rest des Videos. Daniel Kahnemann beschreibt sehr gut in seinem Buch »Langsames und schnelles Denken« von einem wissenschaftlichen Projekt, von einer Untersuchung, wie Menschen Ängste und Sorgen innerhalb von Sekunden aus dem Leben verbannen oder halt wiederbekommen. Was genau ist hier passiert? Und zwar wurde eine Auswahl von Probanden in einem Projekt, in einem Versuch hineingeleitet und sie hatten eine Aufgabe, sie sollten zunächst mal sich mehrere geometrische Formen anschauen. Während sie allerdings diese Formen angeschaut haben, wurde ihr Gehirn, also ihre Gehirnwellen, ihre gesamte Struktur, die Sauerstoffversorgung in einem MRT untersucht, also die Hirnaktivitäten aufgezeichnet. Was ganz interessant war und was auch nicht weiter verwunderlich ist, dass wenn du auf geometrische Formen guckst, dann geht es dir relativ gut entspannt. Es droht ja keine Lebensgefahr. Allerdings mussten die Probanden nicht nur auf das Bild B gucken mit geometrischen Formen, sondern hatten im nächsten Zug dann die Aufgabe, den Blick zu wechseln. Als nächstes schauten die Probanden also auf das Bild Anton A. Und hier waren eine ganze Reihe von Gesichtern mit starken emotionalen Ausdrucken abgebildet. Also Menschen in Panik, Menschen in Angst, Menschen in Wut oder mit Sorgen. Und das Interessante ist, dass in diesem Moment, wo der Blick auf diese Bilder fiel, dass sich das Mindset, also die Hirnaktivität, massiv drastisch verändert hat. Und zwar insoweit verändert hat, dass der Betrachter selbst in seinem Gehirn eine Projektion dieser Gesichter und der damit verbundenen Gefühle abgebildet hat. Was bedeutet das unterm Strich? Nun, der Betrachter hat nun selbst diese Gefühle, diese Ängste, diese Emotionen, die er gerade betrachtet hat. Andere Wissenschaftler haben mal formuliert, dass der Ort, wo das hier im Gehirn passieren würde, der Ort der sogenannten Spiegelzellen oder Spiegelneuronen sei. Das ist inzwischen wissenschaftlich überholt. Denn diese speziellen Neuronen, die nur spielen, die gibt es nicht. Aber das Gehirn hat die Fähigkeit, diese entsprechenden wahrgenommenen Informationen und Gefühlszustände der Mitmenschen zu reproduzieren, im Inneren also diese selbst einzunehmen. Unter dem Strich beschreiben wir nichts weiter, als was wir eine gesunde Form der Empathie hier beobachtet haben. Also, was der Indianer schon sagte, wenn du wissen willst, wie es jemand geht, nun, dann laufe ein paar Meilen, sei Mockersins. Oder noch viel mehr ist das heutzutage auch bewiesen durch die Familienwissenschaftlerin Virginia Satir. Die hat dann über Aufstellungsarbeit, über Skulpturarbeit schon vor über 100 Jahren festgestellt, dass wenn du eine Person in einen Körperzustand bringst, eine Haltung bringst, wo eine große Furcht, Panik oder Angst hatte, und du stellst eine zweite Person daneben als Modell und stellst dieses Modell, diese zweite Person ein auf die erste Person, wie die sich gefühlt hat und die andere atmet und guckt und die andere, zweite Person wird genauso eingestellt von einer dritten Person, dass sich beide synchron bewegen, dann hat die zweite Person in der Regel die gleichen Gefühle, wie die erste Person, die sich an eine Paniksituation in der Vergangenheit lediglich erinnert hat. Was bedeutet das nun? Das bedeutet letztendlich, dass die Gefühle, die in dir entstehen können, die Ängste, die Sorgen, die Wut, die Panik, die Hilflosigkeit, vornehmlich auch damit zu tun hat, wo du deinen Blick hinwendest. Wenn du also morgens aufstehst und das Bett nicht verlassen hast und gleich dein Handy nimmst und du nimmst für die aktuellen Todesmeldungen aus welchem Kriegsgebiet A, B, C oder XYZ auch immer und du konfrontierst dich gleich mit den sich wieder zu Tode gefahrenen Motorradfahrern, den Autounfällen und wo gerade jemand wieder Messerstecher unterwegs war, wenn das morgens dein Fokus ist, wo du deinen Blick drauf richtest, Nun, wie wirst du in den Tag starten? Was wirst du erleben? Wird es dein Spitzentag sein? Wieder ein Meistertag, den du mit erfolgreichem Haken abhaken kannst? Nein, wird es nicht. Denn du hast genau diese Emotionen, Gefühle hochgeladen, dadurch, dass du deinen Blick fokussiert hast. Und das ist auch in anderen Bereichen schon untersucht. Man weiß es also auch bei Männern und bei Frauen. Wenn also ein Mann drei verschiedene Frauen gezeigt werden, eine hässliche, eine mitte und eine hübsche, dann geht es dem Mann in der Regel, wenn er eine hübsche Frau anschaut, sofort gut. Und dazu möchte ich dich einladen, dass du dir Dinge in deinem Leben ziehst, wo du dich morgens drauf fokussierst, dass es dir gut geht. Leider kann es dazu führen, so wie ich es auch gemacht habe, dass du bestimmte Social-Media-Kanäle, bestimmte Informationen, bestimmte Menschen aus deinem Leben streichen darfst oder stark reduzieren darfst auf einen Tag in der Woche. Zusammengefasst oder unter dem Strich heißt es also, dass du doch anscheinend mehr für deine Gefühle, für deine Sorgen und Ängste verantwortlich bist, als du es vielleicht bisher geglaubt hast. Tatsache ist also, selbst wenn du eine berechtigte Angst hast, also dir etwas passiert, ein Brief vom Finanzamt kommt, eine Bedrohung kommt oder ein Mitarbeiter kündigt, ein wichtiger Kunde wegbricht, was auch immer du deine Rechnung nicht bezahlen kannst, dann kannst du natürlich weiter auf den auslösenden Reiz deinen Fokus setzen. Was wird sich denn emotional ändern? Natürlich nichts. Wenn du also Probleme hast, Sorgen und Ängste, die berechtigt sind und nicht Social-Media, die du künstlich aus der Welt in dein Leben ziehst, obwohl du tatsächlich nichts ändern kannst, weil sie außerhalb deines Circle of Influences sind, also wenn du den Luxus nicht mehr leistest, dich auf fremde Probleme zu konzentrieren, dann wirst du mit deinen eigenen Problemen konfrontiert. Und hier gibt es aber auch eine Möglichkeit, wie du sofort eine Änderung herbeiführen kannst. Solltest du also echte Probleme in deinem Leben haben, nun, dann schreib sie einfach auf. Mach dir auch gerne ein DIN A4-Blatt und dann schreibst du links alle deine Sorgen, Ängste und Probleme auf. Aber hör da nicht auf, sondern mach ein Strich in der Mitte und wechsel die Seite und schreib zu jedem Problem auf die andere Seite. Echte Lösungen, echte Alternativen, also Dinge, die du tun kannst. Es gibt meines Erachtens, und ich habe viele Probleme als Unternehmer mit über 30 Unternehmen, in denen ich verantwortlich war und zwei speziellen Ausbildungen, sowohl als Soldat in der Armee als auch als Kriminalkommissar, habe ich viele Probleme letztendlich zu lösen gehabt oder viele Probleme, Ängste und Schwierigkeiten erlebt. Und das, was sofort hilft, auch im Sport, ist das ähnlich so, wenn du in einem entscheidenden Wettkampf im Match bist und dann den Elfmeter treten musst oder wenn du den Aufschlag setzen musst. Was du also sofort tun kannst, ist zu all deinen echten Problemen auch echte Lösungen zu entwickeln und deinen Fokus dann darauf gerichtet zu lassen. Also unabhängig mit wie vielen Problemen du heute aufgestanden bist, sorge dafür, dass du spätestens zum Zeitpunkt, wenn du schlafen gehst, also deinen nächsten Tag noch Chance hast zu planen, dass du jetzt schon anfängst, vorm Schlafengehen deinen Fokus auf die Lösung zu richten, also das, was dir einen anderen Fokus liefert. Wenn du dann morgens aufstehst, dann erinnere dich auch daran, dass du an Lösungen zu arbeiten hast und nimm den Blick, auch wenn die Probleme noch da sind, sehr schnell wieder zurück. Du kannst das einfach mal ausprobieren, ob das bei dir funktioniert, indem du nach links und nach rechts guckst oder indem du einfach mal auf deinem Handy entsprechende angstmachenden Apps löscht, reduzierst oder schmerzt. Sorge aber auch dann dafür, und das macht kein anderer Mensch in deinem Leben, dass du dir mittels Zielsetzung, mittels Collagen, mittels Affirmationen einfach an deinem Computer etwas ausdruckst, was dich in den Zustand bringt, was das Gegenteil von Ängsten, von Sorgen und von Furcht und von Panik ist. Und das lade ich dich ein, überall hinzuhängen. An deinem Spiegel, wenn du morgens aufstehst, an die Decke deines Bettes, wenn du also die Augen öffnest, siehst du oben schon deine Freuden, deine Ziele, deine Wünsche oder die Lösung, an denen du arbeitest. Wenn du in der Portemonnaie reinguckst, kannst du dort die Zettel reinlegen, du kannst auf deinem Handy, kannst du als Hintergrund-App etwas machen, was dich an deine Ziele, an deine Lösungen erinnerst. Du kannst in deinem Auto, an einem Rückspiegel, was reinkleben. Du kannst an deinem Arbeitsplatz die entsprechenden und in deinem Badezimmer entsprechenden Notizen machen, dass du den Fokus hier nicht nur setzt, sondern auch hältst. Zusammengefasst also sind Sorgen und Krisen und Ängste immer da. Ich selbst erlebe sie regelmäßig, fast wöchentlich als Unternehmer, weil ich nicht nur in einem Unternehmen arbeite, sondern in vielen. Und dann kommen noch die Klienten mit ihren Problemen und Sorgen. Also für mich ist das so, dass ich drei bis sieben Ängste und Sorgen und Nöte und Krisen am Tag erlebe. Aber was ich gelernt habe, ist innerhalb eines Fingerschnitts vom echten Problem zur echten Lösung zu wechseln. Und das kann man durch eine Frage machen, das kannst du durch Motive machen, wenn du dich selbst coachst. Aber du bist natürlich auch eingeladen, dir einen Sparing-Partner in dein Leben zu holen, ein guter Freund, ein Gesellschafter, ein Mentor oder ein Beauftragter Coach, der dir erstmal beibringt, diesen Fokus entweder überhaupt schnell wechseln zu können oder der durch vertiefende Fragen dich dabei begleitet, herauszufinden, was überhaupt die Probleme sind, die dich bewegen, die du aber auch lösen kannst und was die Lösungen sind. Denn nicht umsonst heißt es, schenke mir die Kraft, das zu ertragen, was ich nicht ändern kann und schenke mir die Weisheit, das zu ändern, was ich ändern kann und die Klugheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das bedeutet, nicht alle Probleme in der Welt wirst du lösen können, aber das, was du tatsächlich identifiziert hast, was im Rahmen deines Circle of Influence, deines Einflussgebiets ist, wenn du entdeckt hast, identifiziert hast, dass du verantwortlich dafür bist, aus diesen Problemen Lösungen zu machen, dann fokussier dich, Minimum, das ist meine Empfehlung, 80, 90% deiner Tageszeit auf die Lösung. Denn jede Sekunde ist eine Ressource, mit der du aus deinen Gedanken Handlungen entwickeln kannst, um diese Lösung umzusetzen. Davon hast du 60.000 Stück am Tag. Mögen sie deine Bausteine deines Erfolgs werden. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Und solltest du dabei Unterstützung brauchen, dann buche gerne ein kostenfreies Erstgespräch, denn wir helfen nicht nur bei Businessplan und Finanzplan entwickeln und Finanzierung, sondern ganzheitlich dabei, dass dein Unternehmen funktioniert, rentabel wird und du die Persönlichkeit bist, die das nicht limitiert, sondern freisetzt und ermöglicht. Viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.